Einen wunderschönen guten Tag. Sie haben sich dazu entschlossen, den Newsletter nicht geschrieben, sondern hier von mir vorgetragen. Sich anzusehen, was ich großartig finde, so lernen wir beide uns gleich kennen. Und die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, wenn wir schauen, welche der vier spannenden Nachrichten sind gelogen und welche sind richtig, die lautet, Glauben Sie, dass es stimmt, dass wir einen Rekord hoch haben, wenn es darum geht, dass wir von Influencern, also YouTubern zum Beispiel, so beeinflusst werden bei unserer Kaufentscheidung wie noch nie? Richtig oder falsch? Nachricht Nummer zwei. Xing, das berufliche soziale Netzwerk schlechthin, stellt zwei unglaublich wichtige Elemente ein, und zwar Events und Gruppen. Richtig oder falsch? Nachricht Nummer drei. Von allen Sparkassen ist eine kleine Sparkasse im schönen Bremen die absolut innovativste, wenn es um die Digitalisierung geht. Richtig oder falsch? Und zu guter Letzt, Nachricht Nummer vier. Ist es richtig oder dreist gelogen, dass mehr als 80 Prozent der Deutschen sagen, ihr könnt machen mit meinen Daten, was ihr wollt, weil ich bekomme ja dadurch einen großen Mehrwert. Richtig oder falsch? Und jetzt liegt es an Ihnen. Gehen Sie hier ganz unten im Newsletter auf die Abstimmung und finden Sie gemeinsam mit uns heraus, woran wir geflunkert und was stimmt.